. Kannst du uns einmal eine Klappe schlagen? Perfekt, vielen Dank. Top, ja. Endlich kann ich erzählen. Schluss geht's. Mein Name ist Hans Lindberg. Ich spiele auf Rechtshausen. Mein Name ist Jaron Sievert. Ich bin Cheftrainer der Füchse Berlin. Ich bin Freiband Bieder. Ich spiele auf Richtung rechts bei den Füchsen Berlin. Dass wir fokussiert sind, das will ich von der Mannschaft sehen. Und das wollte ich natürlich auch von mir selber sehen. Weg, 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 weg! Überzahl! Ich bin Jarons größter Fan. Ich bin aber auch seine größte Kritikerin. Bei Magdeburg-Spielen ist sowohl in der Mannschaft als auch von der Bank nichts rund gelaufen. Die Ergebnisse sind eine Katastrophe. Ich hasse zu verlieren. Das ist so, dass wir emotionslos unsere Zehntoren zu Hause Magdeburg hier abschlappen lassen. Das ist zu viel. Die Corona-Zeit bringt so einiges mit sich. Das sind Dinge, die angesprochen werden mussten, die besprochen werden mussten. Es sind viele, die jetzt sagen, sie helfen und sie müssen sogar 2 Millionen Euro stecken. Ich glaube, in dem Moment war es schon nochmal wichtig, die Sinne der Mannschaft zu schärfen. Ich schreibe, das war mein letzter Gebet. Aber der Gott war wirklich mit mir. Alles, was man selbst beeinflussen kann, Motivation, wie schnell findet man zusammen, ist, glaube ich, dieses Jahr noch wichtiger als sonst. Und dann holt er sich den Ball sofort wieder zurück. Was für eine Aktion von Paul Trucks.